hallo und herzlich willkommen zu einem neuen review von phil filler heute soll es um den hong diang der forest serie gehen den seht ihr hier und der ist komplett schwarz und deswegen wurde er auch als black forest bezeichnet diesen füller habe ich von einem abonnenten einem freund als leihgabe gekriegt damit ich ihn vorstellen kann und er hatte so ein zwei kleine marken wie zum beispiel es ist kaum tinte geflossen wenn man schnell geschrieben hat das habe ich behoben das habe ich euch in einem video gezeigt und weiterhin hat die feder doch leicht gekratzt also es hatte so ein leichtes ein stärkeres feedback das habe ich dann auch noch behoben da habe ich auch ein kleines video für euch gemacht könnt ihr euch alles anschauen schon veröffentlicht links oben habe ich euch das verlinkt beziehungsweise wenn ihr in die playlist rein guckt dann seht ihr das auch so was haben wir heute vor zuerst sage ich was zum lieferumfang von dem black forest füllhalter dann kommen wir zur spezifikation dann sage ich was zum äußeren zum füller dann geht zum hands und dann war schon schreibbeispiel dann geht zum größten vergleich und zum schluss gebe ich ein fazit so mit was wird der black forest jetzt geliefert wir haben hier jetzt den black forest und der black forest seit hier aus metall und ich habe hier noch einen converter drinnen der mitgeliefert wird der converter selbst hat hier eine feder drin was ich eigentlich sehr gut finde die feder ist nämlich dafür da dass wenn tinte hier in dem converter drin ist dann sieht man oft wenn keine feder oder keine kugel dort enthalten ist dass dann hier die tinte sich hinten drin sammelt und hier dann die ganze zeit luft ist weil hier eine oberflächenspannung dann von der tinte ist und die fließt dann halt so nicht nach vorne da muss ich dann immer den converter nach vorne drehen damit die tinte dann wieder nach vorne kommt wie gesagt eine feder oder eine kugel wenn die im converter drin ist die bericht an die oberflächenspannung der tinte so dass die tinte dann auch hier vorne in den tinten leiter hinein läuft den converter wenn man den reinsetzt dann sitzt er auch ziemlich stramm hier schon drin also ziemlich fest und erwackelt auch nicht das einzige was man hört wenn er wackelt ist halt die feder hier im converter ist der converter verbaut also hier reingeschraubt kann ich ihn auch schütten und man hört nichts also man hört eigentlich nur die feder wieder im converter also er sitzt hier schön fest in dem black forest drin der converter also da klappt doch nichts jetzt werde ich das noch mal testen ich habe hier weiß ich mein freund schwarz gewünscht hat werde ich dann jetzt hier zwei schwarze tinten patronen einsetzen und dann schauen wie es mit den beiden schwarzen tinten patronen aussieht er leider passen die tinten patron nicht die normalen standard patron denn die sind zu schmal wenn ich mir jetzt hier die öffnung anschaue vom converter und der standard hinten patron dann sieht man dass die öffnung des converters dann doch ein bisschen größer ist als die standard hinten patronen das heißt jetzt für mich dass ich ein glas mit schwarzer tinte heraussuchen muss befüllen dann den converter und dann gibt es halt keine tinten patronen sondern aus dem glas die tinte so kommen wir kurz in spezifikation kommen wir hier nun zum äußeren im äußeren erscheinungsbild sieht dieser füller jetzt erstmal schwarz aus komplett schwarz aber nur auf den ersten augenblick weil wenn ich jetzt die kappe hier neben den schaft halte dann habe ich dann halt hier doch ein unterschied dann würde ich sagen geht die kappe doch schon ins schwarz braune und hier der schaft selbst ist komplett schwarz deswegen würde ich sagen er ist doch schon zweifarbig auf den ersten blick habe ich auch gedacht der ist komplett schwarz aber ich würde er sagen der ist zweifarbig ansonsten ist er hier von der verarbeitung vom äußeren her schon richtig schick und er ist schon schwer der ganze füller ist aus metall gefertigt welche metall art das jetzt ist das habe ich nicht herausgefunden also es wird kein aluminium sein dafür würde ich sagen ist er zu schwer also was jetzt letztendlich ist für metall ich tippe mal auf edelstahl aber sagen kann ich nicht ich habe es nicht herausgefunden so kommen wir zum hands on hier der schaft hat ein schönes strukturiertes rauten muster finde ich persönlich ganz schön festig auch gut an er ist matt hier hinten habe ich dann es ist so ein bisschen abgehoben das ist hier ein bisschen verjüngt damit die kappe aufstecken kann das hält sehr sehr gut der durchmesser wie gesagt ist 1,1 cm kommen weiter zum griffstück dass hier der übergang vom vom schaft zum griffstück da habe ich hier noch ein ein band da steht dann der hersteller drauf das ist dann hong dian forest series das geht dann über zum griffstück das griffstück ist dann auch nicht mehr so richtig schwarz wie das band hier sondern hat hier braun schwarz im ton verjüngt sich dann zur feder hin hat hier vorne noch mal so einen kleinen stopper es ist ausreichend groß dimensioniert das heißt wenn ich jetzt hier meine finger auflege dann finde ich habe ich hier schon einen ordentlichen halt also es ist nicht zu dünn ist nicht zu dick gefällt mir eigentlich richtig gut dann der übergang hier vom vom griffstück zum schaft hinter ist jetzt nicht scharf kantig also haben sie gut gemacht ist jetzt kein scharfer grater gefällt mir persönlich ganz gut ja kommen wir jetzt zur feder es ist eine f feder links und rechts habe ich dann etwas schnörkel ich persönlich finde das ganz schön also sieht gut aus die feder ist schwarz und die sitzt auf einem kunststoff tintenleiter wo dann auch noch mal f aufgeprägt ist für fein denn hier habe ich eine feine strichstärke ja kommen wir hier zur kappe die kappe hat ein kunststoff inle das heißt wenn ich jetzt die kappe zusammen stecke dann dichtet die ab und der trocknet dann auch nicht aus ich hatte den jetzt ein paar tage ruhig liegen und erst nicht ausgetrocknet der hatte dann keine anschreibschwierigkeit nachdem ich mal bearbeitet habe und man konnte auch sofort los schreiben hier habe ich dann den clip der clip der sitzt bomben hart also richtig fest also erst nicht dazu geeignet den stift jetzt irgendwo fest zu kleben fest zu stecken also es ist sehr sehr schwergängig ist dann halt die er so als rostop gedacht neben dem clip habe ich dann hier zwei so einen angedeuteten bänder noch mal drauf und hier oben an der kappe habe ich dann auch noch hier umliegend hier so ein paar striche sieht optisch ganz schön aus und das ganze mündet dann hier in dem logo von hong dian das hier nochmal aufgesetzt das ist dann hier ja es ist so ein gummifropfen würde ich mal sagen wo drunter dann das bild liegt von hong dian das ist dann hier um aufgeklebt sieht recht gut aus vom material her muss ich sagen lässt sich der hong dian gut anfassen also er fühlt sich schon wertig an er ist doch relativ schwer also er liegt gut in der hand man kann die kappe wie gesagt aufkäppen sie rutscht auch nicht ab gefällt mir ganz gut wenn ich ihn aufkäppe dann ist er doch relativ lang man merkt schon der schwerpunkt liegt dann hier mit kappe im hinteren bereich beziehungsweise ja doch im hinteren bereich er kippt nach oben wenn ich die kappe abmache dann was mir persönlich immer so gefällt liegt die kappe dann hier schön auf meine mittelfinger auf und ich brauche dann nicht so viel anpressdruck zu geben wobei bei diesem modell zeige später muss doch ein bisschen fest aufdrücken damit auch noch tinte herauskommt das griffstück ist hier verschraubt mit dem schafft und ich muss sagen der gewinde gang ist echt gut gemacht also es hätte jetzt hier bei so chinesischen füller nicht gedacht dass das gewinne so gut ist also es kraft sitzig ist hat schönes spiel es schließt fest also ist einfach das ist gut gemacht ich habe andere chinesische füller da da kratzt es richtig also knackst richtig wenn ich die beiden teile zusammen schraube aber hier doch ist recht gut gemacht komme zu einem schreibbeispiel ich habe hier den die an da sieht man schon wenn man nicht richtig aufdrückt dann kommt nicht genug tinte raus forest und der ganze wird tituliert im internet auch als black forest der stift der hat gekostet 5 euro mit porto aus china fragen mich auch wie man für fünf euro stift herstellen kann und hierher schicken kann nach deutschland aber das geht anscheinend ich habe eine f feder hier drinnen einmal den satz aller sitze die krieg ich muss sagen nachdem er bearbeitet ist er kratzt nicht mehr er gleitet hier schön übers papier wobei man muss jetzt die feder die ist recht hart man muss aufdrücken damit er dann schön tinte ausbringt wenn ich den jetzt nur so leicht drüber ziehen dann schreibt auf fein und irgendwann bricht dann auch der tinten fluss so wieder ab also man muss schon man muss schon die feder hier aufs papier drücken als tinte habe ich hier ist auch noch interessant sehr wie ich finde sehr gut fließfreudige tinte das ist die rohre und leipziger schwarz wenn die getrocknet ist dann ja ist er nicht mehr ganz schwarz dann ist sie mehr so ja so grau schwarz möchte ich mal tippen wenn man fast weiter machen könnte ja also größtenteils funktioniert wie gesagt man muss ein bisschen mehr aufdrücken damit jetzt hinterfließt ja kommen wir zu einem größenvergleich hier habe ich den lami oster den hong diane black forest den caveco perkeo den twispy eco den pelikan 805 den platinum preppy den schneider ray und den caveco sport kommen wir zum fazit der füller der liegt sehr gut in der hand ist auch schön austariert erst angenehm schwer was mir jetzt nicht so gut gefällt ist die feder also die feder die ist doch relativ hart das heißt man muss mehr druck auf die feder ausüben damit er schreibt und die feder hier im speziellen musste ich nach bearbeiten dass die jetzt so schreibt wie sie jetzt schreibt ansonsten der füller wenn man ihn anfasst also man hat ein gutes gefühl also von der haptik her gefällt er mir ganz gut material ist auch gut ausgewählt also für fünf euro kann man jetzt nicht viel falsch machen wenn man ihn jetzt direkt in deutschland bestellt dann kostet er zum beispiel 13 euro aber dieser hier der kommt direkt aus china für fünf euro muss man für sich jetzt für sich selbst wissen ob man jetzt unbedingt einen füller aus china importieren möchte co2 bilanz und so weiter aber an sich kann man den füller hier schon empfehlen das einzige ist halt die fehler da kann man glück haben da kann man pech haben hier ist jetzt die fehler nicht so schön aber wie gesagt ich habe einen zweiten schon mal probiert da war die feder jetzt besser aber sie war auch relativ hart man könnte vielleicht schauen ob man jetzt die feder vielleicht wechseln kann es gibt zum beispiel von caveco die haben auch komplette schwarze federn ob man die fehler jetzt wenn man jetzt hier rauszieht man kann ja die hier anfassen und kann sie rausziehen ob jetzt hierfür eine feder von caveco passt also hier zum beispiel habe ich jetzt hier den perkeo naja müsste man mal probieren ob man die feder hier wechseln kann mache ich jetzt hier nicht weil es nicht mein füller ist und hier vom perkeo da kriegt man ja nur das griffstück so zu kaufen von dem perkeo als nachkauf also da kriegt man jetzt hier nicht die feder von caveco aber hier kann man natürlich auch anfassen und kann den tintenleiter mit der feder rausziehen das heißt man müsste sich jetzt hier ein griffstück kaufen in für schwarz also die haben von perkeo auch ein komplett schwarzen und müsste dann hier die feder einbauen können vielleicht sogar funktionieren also so vom viel vom feeling her ist schön schwer gut austariert kann man so eigentlich kaufen um mal zu schreiben ich würde ihn jetzt nicht ständig benutzen weil mir da die feder zu hart ist ich mag dann lieber federn die ein bisschen weicher smoother sind die ich einfach bloß aufsetzen und dann schreibt der füller schon finde ich persönlich attraktiver aber ich hoffe es war ein schönes review für euch ihr könnt dann eure kaufentscheidung davon ableiten wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch da falls ihr noch fragen habt bitte ab in die kommentare vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut ciao und bis denn